Hallo und herzlich willkommen, ihr Busenfreunde und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Battlefield 4. Ich glaube, wir müssen da rüber, ne? Meine Soundkarte will gerade nicht. Hilfe? Ich höre gerade keinen Sound. Ihr wahrscheinlich auch nicht. Nur so halben Sound irgendwie. Wird sich eh erledigt haben, denn ich habe mir heute, ne, nicht heute, vor zwei Tagen ungefähr, ich habe ja mehrmals angekündigt, dass ich mir einen neuen PC zulegen werde. Ah, auf den freue ich mich schon. Ah, Stürming! Zack. Jetzt höre ich wieder Sound. Los, 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 los. Mach auf. Mach auf. Die geht, ne? Wo müssen wir da? Wow. Sieht geil aus. Los, mach. Verschnaufen. Das haben die doch gleich durchgeballert. Hast du ne bessere Idee, Irish? Du hast gesagt, sind die Werke an den Tod. Chang wollte ihn töten. Jetzt ist er auf der USS Berkeley. Dein Mann, in Anführungszeichen. Ja, unsere CIA-Tanung. Wenn Chang herausfindet, wo er ist, dann ist Chinas Zukunft in Gefahr. Scheiße auf Chinas Zukunft. Alle an Bord unseres Schiffes sind in Gefahr. Dagegen können wir nichts tun, mein Freund. Wer bist du eigentlich? Wer zum Teufel ist das? Scheiße. War das auch Teil des Plans? Heli! Das war so klar, dass wir hier stehen bleiben. Da. Nein. Wow. Fuck. Der war ein guter Freund. Au. Erfolg freigeschaltet. Tod im Morgengrauen. Yeah. Wir werden hier verrecken. Wir bleiben zusammen. Und am Leben. Ich habe ein Black Screen. Wir gamben ja jetzt so gerade hier so schön im Winter rum. Also es ist ja mittlerweile jetzt die Olympiade in Sochi. Die Winterspiele. Oh es geht weiter. Moment. Ich bin gleich wieder da. Also ne und so. Da bin ich nicht geschafft. Das ist so süß. Warum kannst du mir nicht vertrauen Irish? Willst du mich verarschen? Ich weiß nichts über dich. Wem gilt überhaupt deine Loyalität? Ach weißt du. Vergiss es. Ach ja? Versuch's doch mal. Die Winterspiele. Verfluchte Scheiße. Los, 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 los. Rossen. Haben die uns gesehen? Ganz ruhig. Dann sind wir sicher. Das nennst du sicher, Hannah? Wir müssen hier raus. Es sind zu viele, verdammt. Leise, Marie. Komm, los, los, los. Bewegung. Promo. Alles okay? Ist was auf den Kameras oder Sensoren? Alles sauber. Wir haben drei Minuten. Was ist das? Ein Observationsposten? Ja. Kommt jetzt Leute, Bewegung. Hey, wir wären fast aufgeflogen. Dachte du, du wärst ein Marine. Tombstone Squad. Siebte Flotte. Ah, woher kommst du? Brooklyn, East Flatbush. Was auf der Tilden oder Wingate? GWH. Westinghouse? Ja. Echt? Da war mein Bruder. Mein Dätter hat ein Restaurant in Brownsville. Wer sind die beiden? Raka Squad Leader. Sie ist vom chinesischen Geheimdienst und eine gute. Wie kommen wir zum Stützpunkt? Was weiß ich? Zauberei? Ich zeige euch, was los ist. Die Russen sind überall. Wir haben den Stützpunkt verloren und wurden in die Altstadt zurückgedrängt. Wir brauchen einen Transport nach Westen. Wo ist der befehlshabende Offizier? In der Altstadt natürlich. Ist ein Kilometer östlich. Orientiert euch an der blauen Kuppel und sucht Major Greenland. Könnt ihr gar nicht verfehlen. Hey, kontaktiert Greenland und gebt ihr Bescheid. Jawohl, Sir. Ist das der beste Weg? Absolut. Habt ihr noch was im Wagen, dass die Russen nicht in die Finger kriegen sollen? Nichts außer jede Menge Dreck. Räcker, stimmt's? Molinas Hotpockets. Der Laden meines Vaters. Das beste Hühnchen der Stadt. Musst du mal mit deinem Squad hingehen? Okay Marines, na los. Alles mal brennen und dann weg hier. Zieht Leinen. Das beste Hühnchen der Stadt. Mann, hab ich Hunger. Verdammt viele Feinde auf dem Weg in die Altstadt. Da hab ich jetzt ihre... Sobald wir bei den US-Truppen sind, müssen wir es der Bakery mitteilen. Garrison weiß, wen er an Bord hat. Oder, Hannah? Er weiß es, aber sonst niemand. Je weniger es wissen, desto besser. Dann geht's los. Wow, das sieht ja wieder richtig geil aus. So, haben wir hier wieder schöne Waffen. Was haben wir da? Aha, 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 aha. Dann nehme ich die M4 Sekundärwaffe. Mich würde mal interessieren, wie wir jetzt überlebt haben. Und ich glaube, ich nehme mal eine Schneiberwumme mit. Die oder die, die oder die. Sind beide gleich. Magazingröße, die hat ein größeres Magazin. Mal los. Fahrzeug, Fahrzeug. So. So. Es gibt keinen anderen Weg. Wir müssen durch das Tor auf der anderen Seite. Die Drecksrussen unterstützen, Shank. Unsere Informationen waren korrekt. Röcker. Raketenwärmer auf dem Dach. Welche Infos? Wie für die Dunn gestorben ist. Gut. Ich such mir mal eine wunderschöne Position. Oh, von hier so. Okay, gut. Der Panzer gefällt mir definitiv gar nicht. Aber okay. So, Sekundärwaffe auspacken. Sekundär. Das ist doch kein Schnaipergewehr. Mann. Was habe ich denn da wieder? Ach, Präzisionsgewehr. Nicht Scharfschütze. Gut. Entschuldigung. Gut, dann nehmen wir noch die AK. So. Ein paar Waffen zeigen. So. Jetzt aber. Ja, das sind doch... Zack, in die Fresse. So wie ich denke, werden die gleich zu den... zu den Raketenwerfern hochrennen. Wow. So. Alter. So. Ganz recht. oh den haben wir erwischt super geil wo kommt die scheiß granate her so zack nochmal sonst irgendwas dennis man darf echt als schnaipern nicht getroffen werden mann also so was wie von wo gut wir haben da einen definitiv behinderten Panzer so ich hoffe der ist jetzt mit die anderen beschäftigt na halt still ich gehe jetzt mal da hoch zum Raketenwerfer so den anderen schalten wir da auch gleich noch aus oh Gott war das schlecht ma also habe ich wieder meinem Kopfschuss gut gemacht so gibt es hier ein Treppenhaus in diesem Scheißhaus Jawoll geht's Höhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhö na toll au Hä? Wie? Äh, Leute, das finde ich jetzt aber... Das ist gemein. Ich meine natürlich, denn welchen Eier rasieren diesen Huren so ein bisschen. Also die Speicherpunkte finde ich, um ehrlich zu sein, scheiße. So, da haben wir einen Panzer. Von dem Panzer wahrscheinlich haben sie uns gekriegt. So, die Wum habe ich auch nicht mehr. Das finde ich ein bisschen scheiße, das sage ich ganz ehrlich. So, Sekundärwaffe ist das Präzisionsgewehr. Jetzt nehmen wir mal ein Sturmgewehr, nehmen wir mal ein Präzision mit höher Präzisions möchte ich gerne. Oder haben wir hier? Die ist gut für die aus dem Hüftfeuer. Schrot finden, Karabiner... Irgendwie sind alle in der Präzision nicht so geil, ne? Gut, nehme ich halt den. Mach zu was. So. Fahrzeug, 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 runter schnell! Es gibt keinen anderen Weg. Wir müssen durch das Tor auf der anderen Seite. Äh. Gut, da kommt der Panzer wieder vorgefahren. Den locken wir mal schön. Da wieder in die verkackte Ecke. Alter, warum ruckelt das? Das ruckelt echt heftig. Glück hat mein Freund. Oh, Henna. Geh mir aus dem Weg. Aber der Panzer tut da hinten seinen Dienst. Du bist der Nächste. Jetzt bist du dran. Na, 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 na. Los, 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 los. Lad schnell danach. Jawoll. So, und dann noch mit dem da hinten irgendwie noch. Den sehe ich aber nicht. Ah, da ist er ja. Dankeschön. So, ähm. Der Panzer ist da beschäftigt. Ich renne jetzt mal kurz hier lang. So, von da drüben kommt der andere Panzer. So. Komm schon. Komm, komm, komm. Na. Nimm dort den Schlesraketenwerfer. Okay. Och, Mann. Nein. Ach. Scheißdreck. Gut. Ich spiel mal vor bis zu dieser Störung. Wir sehen uns dann wieder in der nächsten Folge. Alter, das wird das auf einmal so schwer. Näää. Was siehst du hier? Du siehst hier die Endcard von meinen Videos. Unter den ganzen Titeln bin ich erreichbar. Auf YouTube, Facebook, Twitter, Google Plus oder Skype bin ich auch erreichbar. Schreib mir PNs oder sowas, was du gut findest, was nicht. Liken, abonnieren, irgendwas. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Freut mich, wenn du wieder dabei wärst.